Haley? Ich wusste, dass das ein Fehler ist! Haley, steh auf! Ich zeig dir, dass ich verantwortungsbewusst bin! Wann hab ich denn Kotze gegessen? Haley, du hast wirklich ein Problem! Du willst dich schlagen! Schlampe, schlagen wir uns! Oh, der glänzt ja! Hey, das ist meine Corvette Stingray! Haley, ist alles in Ordnung? Zum Glück ist sie betrunken. Wenn man betrunken ist, wird der Körper schlaff und man tut sich nicht so weh, wenn man fällt. Wirklich? Oh ja, so hat Gary Busey alles seine Stunts gemacht. Haley, stopp! Bitte komm zurück! Hi! Mein Autoscooter funktioniert nicht. Zum Glück sind sie betrunken. Wenn man betrunken ist, wird der Körper schlaff und man tut sich nicht so weh bei einem Unfall. Wirklich? Ja, so hab ich alle meine Stunts gemacht. Ja! Ich schlafe! Ich schlafe! Untertitelung des ZDF, 2020